Afghanistan Da binde einen Drogen- und Waffenhandel, in den du alle gegen ausschaltest. Erwarte Verstärkung, wenn du entdeckt wirst. Sind Selbstversorger und völlig isoliert. Die Waffen sind auf das Dorf in Opiumfelder verteilt. Du musst sie alle ausschalten, die Bevölkerung kümmert sich um den Rest. Gibt es Vorgaben? Sei leise. Wenn du Krawall machst, ist der Nullkommanichts Verstärkung dort. Verstanden. Ah, okay. Wüsste ich gerne... Jetzt steht da zum Beispiel Haftschocker. Wie ich den Haftschocker dann anwende. Und sowas. Und dann bekam er einen Fall ins Knie. Aber das ist ja Bolzen. Wieso kann ich die Betäubungswaffe nicht benutzen, wenn ich angelehnt bin. Ach, das ist die. Okay, das nehme ich dann auch zurück. Okay, ich dachte ich renne schon. Für Kooprouten. Für Kooprouten. Für Kooprouten. Verwundeter, die Schüsse kamen von da. Pats! Achso, das sind nur Haftschocker, die er da abschießt. Ist ja cool. Jetzt sinds nur noch... Acht. Schönes Ding. Ich bin ja so ein Fan vom Bogen, Armbrust. Aber den nehme ich erstmal aus Sichtweite. Mal aufheben. Hm. Du hebst halt ihn jetzt nicht auf. Hm. Hm. Leise 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 leise. Ne, aber die Armbrust gefällt mir wirklich. Das ist nicht witzig. Hä? Ich orte fünf lebende Gegner. Ja. Sind doch nur noch fünf. Ja, aber die Reichweite spricht für sich. Ich kann die Typen irgendwie nicht halten, wenn sie mit einem Haftschocker erlegt worden sind. Oh. Wir können durch. Da oben ist einer. Ich schalte dich aber mit einem Schalldämpfer aus. Ne, er könnte mich... Der sieht mich. Wer sieht mich noch? Das Radar zeigt natürlich nichts an. Weil es noch zu schwach ist. Was ich eigentlich nicht verstehen kann. Wir sind doch mal ein Spezialagent der oberen Klasse. Wir sind doch ein Anführer. Oh. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt sind es vier. Einfangen. Einfangen. Oh. Das ist aufsehen. Das war knapp. Oh, da kann ich ja durchs Fenster. Oh, da kann ich ja durchsuchen. Das hat man nicht nicht gesehen. Jetzt sind es aber nur noch, jetzt ist es nur noch einer und das ist der oben auf dem Dach. Der wird uns sogar folglicherweise angezeigt. Oh, da kann ich ja durchsuchen. Soweit alles gut, Sam. Der Widerstand im Dorf wird heftiger sein. Am besten versuchst du über einen alten Bewässerungstunnel zu den Gebäuden zu kommen. Müsste ausgetrocknet sein. Müsste? Etwa Wasserscheu? Nein. Ziel erfüllt. Weiter zur nächsten Zone. Ah. Dann wollen wir mal. Speichern. Hauptziel eingesammelt. 30.000. Hast gar nicht Klatsch gemacht. Der Tunnel ist okay. Kein Tauferanzug nötig. Gut zu wissen. Gab nicht viele andere Optionen. Wissen die Einheimischen von diesem Ort? Sie wissen es und es ist ihnen egal. Solange das Schmiergeld für die Polizei regelmäßig kommt, behält es jeder für sich. Wir haben sicher größere Probleme. Fassen Sie, bis du kamst. Ich mache nichts als Ärger. Wenn du es so nennen willst. Ja. Ich bin halt ne böse Person. Und ich meinte ja in Conviction, ich mache hier nix mehr aufs Stil. Ich bin hier jetzt der Brutalo, aber es läuft hier gerade so gut. Es hat ja auch im letzten Level geklappt. Ah, Munitionskisten. Ah, Munitionskisten. Okay. Rem, ich bin am Ende des Tunnels. Okay, verstanden. Ist jetzt offiziell von Zielen umgeben. Schaltet alle aus. Hier gibt es keine Unschuldigen. Minenfäller, verwende ich hier so nabryll um... Das ist super, die habe ich doch gar nicht. Wo weit bin ich denn noch gar nicht? Ah, okay. Man sieht es auch so. Ah, okay. Uh... Uh... Da hat was geknackt Aber bleiben wir gegen 11 Das ist ja wie so ein Missionsmodus Vor wegen jetzt kommen nur solche Abschnitte wo du sowas machen musst Da hinten sind die Laser Ach das sind Sniper Der Sniper zielt nicht hier in die Richtung Perfekt Was sich auch zu Conviction geändert hat Wir können die Waffen aufsammeln von den Leuten Ja ja ist schwer Ich weiß Das blöde ist halt wirklich man sieht sie nicht Warten bis er wieder zurück geht Zack Oh ja das wäre ein Fehler